Jo, hallo Leute, äh... Ich hab heute einen Gast dabei, der leider nicht mitspielen kann, weil ich kein Laptop hab momentan. Äh, ja, hi. Und deswegen suche ich jetzt meine scheiß Welt und spiele die auch Spaß. Ja, letztes Jahr, ja, letztes Jahr auf jeden Fall. Letztes Mal waren wir ja hier am schönen Hausbau. So, Paul. Du darfst gern auch was sagen. Äh, ja, okay. Sehr interessant. Ja. Ausbauen ist in Minecraft immer total. Das interessant ist ja am ganzen Spiel. Das ist auch. Nee, das ist auch total uninteressant. Ja, und das hingucken auch so viele Leute das Place, ne? Ja klar, genau deswegen. Die haben auch Langeweile. Und das ist doch lustiger, wenn einer da die ganze Zeit am Quaseln ist und... Ja, und nebenbei... So ein Holzverbreit. Genau. Lustiges abbaulustiges 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 abbaulust. So ein Holzverbreit. 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 der Kriter sein weil ich habe hier ich gebe alles vorjahr meine letzte Leben eine Welt jungen im Augenblick er hat immer so bleiben ich habe es verstanden es zu nicht wenden Ok ich habe noch nicht gemerkt was du gesagt hast dass siehst du verdammt nur ich habe macht ich kann ein Geldblock in paar Sekunden mit meiner Hand ab Blaubau und ein Kubikmeter diese sind hier keine Viecher haben Angst vor mir ja vor dir vor allen Dingen ja vor dir kann man doch keine Angst haben oh mein Gott ein Creeper und ich Idiot hab schon wieder Tomei Einzungsan ja einfach mal drauf wir gehen Creeper hunden immer draufhauen und es hat sehr gut funktioniert voll der gute Hand in tritt würde ich sagen ja Sachnix ging meine Skills es geht dann heil mal die Erde Jo ich bin Heiler und die Lur Jo so kleines Medi-Pack dürfte reichen und fällig springt sogar noch ein bisschen die Erde bei uns jahr natürlich und ich es ist erst mal die Siebel schicken hier auf man auch hergeselle Zombie na du kleiner Untermieter was willst du denn ja was willst du denn eins aus dem Maul ja er wusste erst mal einen dicken Bruder ja geht so nicht ja tut man nicht man beißt ihn dir zulande keine Leute in der Nähe und du kleines fettes Kind ich lasse nicht zu dass du meine Blumenköpfe Klaus ich will nicht sterben ich will nicht der will ich den Bildschirm und du wirst wohl sterben Kiel du kannst nicht schlafen ist der Monster in der Nähe ich kann immer schlafen ich bin Jack Maus die Dunkelheit auch hat auch Angst vor dir natürlich ich habe gerade Angst vor dem Moment und selbst dann stehst du halt hallo Fels gehören zum Letzten dazu ich will aber nicht werden wenn es tut was die schreckliche Geräusche bist du da die Kopf die Kopf die Kopf Loll Wahnvorstellungen ja Standard kennst mich doch ja stimmt müsste ich eigentlich mittlerweile wissen aber ich bin immer noch überrascht von das ist immer noch ein kleiner Unwissener ja tot ich bringe immer Hühner um da müsst ihr euch dran gewöhnen ne Hühner sind ja auch schrecklich natürlich die quieken so wenn man drauf beißt wenn man drauf beißt so weg mit dem Scheiß ja ja wir werden bald eine richtige Bude haben das ist dann episch das wird episch 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 wird das wenn du meinst ähm ja hier ist unser kleiner Miniewald und ich werde jetzt töten ja ich bin eher der Abforster und nicht der Abforster Holzfäller ja viel noch der Karierte Bart der Karierte Bart vor allen Dingen er kapiert der Karierte Bart und das lange Hemd ja ist doch Standard bei Holzfällern natürlich die meinen Bart extra kariert an damit das lustiger aussieht ja denn die sehen ja von Natur immer so gruselig aus ja besonders mit Saw gibt es aber welche ich weiß es nicht ich hab den Film noch nie gesehen Saw ist auch krank ja das ist es nichts gegen die Leute die Saw mögen aber ist nicht mein Ding es ist krank sagen wir mal so wir finden es krank und es ist extrem gruselig dass solche Leute die solche Filme machen frei in der Welt rumlaufen dürfen ohja ach so ich hab die falschen Dinger anhand Samen in der Hand wie hier der ist was zweideutiges denkt der hat sich da muss ich jetzt schämen gehen nö wie sollte man sich schämen gehen das ist das natürlichste auf der Welt ja auch die Grundschullehrer immer bei natürlich und dir ne nein wir haben die das nicht beigebracht ich wusste das alles schon so deine Grundschule hier eine Pädogrundschule es war keine Pädogrundschule aber die war trotzdem für den Arsch ich will ein bisschen rauter sprechen dich hört man nachher kaum deine Audiowellen sind extrem niedrig jaha hat sich das angehört wie so ein da müssen die sich halt anstrengen wenn sie vorm PC sitzen das sieht so ein bisschen aus wie so ein äh das hat sich ganz ein bisschen angehört wie so ein Wahrsager so was ist deine Zukunft um deine Audiowellen sind extrem niedrig und daraus erkenne ich dass du Prozent schwer verstehbar sein wie ist dass du bald sterben genau in dieser Arbeit vollgemeiner noch nicht meine Stimme vorstellt hat man auch ganz zu tränen ich habe keine Ahnung wieso also dass ich bitte ich war schon immer so wenn ich damit aufhören nein das werde ich niemals äh und warum nicht ich bin zu faul dann kann ich dir leider auch nicht helfen ich bin schon zu faul zum aufhören also ich glaube da ist nichts mehr zu retten doch ja sehe ich auch so zu faul zum aufhören dieses Let's Play zu machen aber nein das will ich nicht ich bin eher zu faul das weiter zu machen ich bin zu faul regelmäßig hochzuladen das Aufnehmen ist ja toll aber das Hochladen ist scheiße fragt doch irgendwer ob der für dich hochlädt das wenn dann auch ja wen denn mein Bruder damit der alles versaut tolle Idee ja frag deinen Bruder der ist ja extra heuristisch da dumm da dumm da dumm ein eine Runde Wetter töten und ich habe links setzen irgendwann ist der Ding hier Schneefrei wie mit o o das war irgendwie logisch wie oft hast du das probiert ins Gehege zu werfen ein paar mal und da hat es nie funktioniert ja und jetzt funktioniert es direkt erst mal wieder typisch Minecraft 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 heißt das Minecraft Minecraft Nein denn dann heißt es моя Kraft MyKraft